Geht weiter bei Block? Hier kommt Block, der famose! Kammerjäger! Kammerjäger. So, anscheinend ist hier dicht. Ähm, geh mal erst mal links lang. Schau mal, ja, ignorier das einfach. Ja, mach mal. Ja, guck mal links, ob links noch was ist. Ich weiß gar nicht mehr genau. Das ist ein spannendes Level eigentlich, das ist nicht so schwer. Ich mach dich auch nur mit, mit nix fertig. Komm her, du. Hey, du ekelhafter. So. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das, ja, das ist richtig, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier mache, weil... Ist richtig, ist richtig. Du könntest theoretisch natürlich die Gliedmassen wieder einsammeln, aber... Wo denn? Ganz am Anfang. Ja. Na gut. So lange ich meine Füße habe, weißte, ist mir das so wurscht. Du behinderter, verfickter Flo, ey. Wo ist er? Bist du, du Bastard? Unten. Ey, will der mich verarschen? Da ist er. Ja. Ja, jetzt haben wir mal deinen Linkseinkum. Mein Fuß, oder? Nein. Das war Rache wegen Grade. The Hive, ey. Du hast mir nicht mit gerechnet, du scheiße Biene. Das Dümmste überhaupt, ey. Ach, geiles Projekt, ey. Ja. Auch wenn Plock, weißt du, wenn ich Plock hasse, was sind so Momente? Die liebe ich dann. Ja, freu ich mich auch. Boah. Ja, war auch gut. Schade, dass du keine Biene hast. Brauch ich nicht. Aber es ist die Kiffer. Guck mal, du Schäbiger. Na ja, du Schäbiger. Du Schäbiger-Knechte. Nein! Hör doch locker! Ich kann nicht locker bleiben. Nicht bei dem Spiel, wenn ich da spiele. Wär schon richtig. Boah, jetzt kriegst du auch deine Gliedmaßen wieder. Was jetzt? Nach oben. Die beste, ey. Die ist geil, ja. Wenn man dann so wie ich spielt, dann sowieso. Sui Modus. Hä? Sui Modus. Ach, schade. Das ist ja. Die ist geil, ja. Fress Bleiböse, ey. Geil. Gibt's kein Sheet, ey, dass er immer an ist? Ja, das wär schön. Ich glaub, da kannst du durch. Wo? Warte. Hör mal auf zu schießen. Geh mal da durch. Ja. Was war das? Energie. Energie. Hätte ich noch ein bisschen geschossen, ey. Haha. Geil, ey. Das ist aber echt entspanntes Level. Ja. Gibt Schlimmere. Wow. Ich find das davor, find ich auch schon schlimmer als das Level. Ah, das davor ist echt das erste Level. Das erste des Flo-Dilemmas hier. Oh. Wow. Oh, da ist nix. Guck mal links, erstmal genau. Ach, da. Was ist das? Dann so ein kleiner Knecht noch da versteckt in der Ecke. Ja, und wenn man den vergisst, dann darf man den ganzen Weg nochmal laufen. Ja. Diese Mechanik ist echt dumm, ey. Töte Flöhe. Was will der Kack? Warte, überhaupt. Was hat er mit Flöhen, ey? Was hat das aus? Ich weiß nicht. Ja, magst du Flöhe? Nein. Aber warum sollten die den ganzen Intel einnehmen? So ein paar verkackte Flöhe, die sogar noch die meisten in den Eiern drin sind. Das sind Mutanten. Ah. Die wurden ja da abgesetzt, das ist so wie die Saiyans. Die schicken Babys auf Planeten. Ah. Weißt du? Weißt du? Das, weißt du, das ergibt sogar ein bisschen durch. Das ergibt sich. Ja. Weißt du, die Flohmutter fliegt einmal mit ihrem Flugzeug rum. Richtig. Äh. Jetzt lässt es nicht vor... Jetzt lässt es ihre Kinder überall hin. Und dann, äh, machen die Kinder, werden ihr Werk voll riechen. Ja komm. Was? Der hat mich da oben durch... Egal. Komm, jetzt musst du einfach nach oben. Einfach nach oben? Ja. Das war jetzt unfair. Das akzeptiere ich nicht. Es ruckelt. Zu viel Grafik. Ich bin gesprungen. Immer die gleiche Leier. Aber wie viele neue Projekte jetzt starten? Weißt du, Plock? Heroes? So ein Ründchen. Ja. Auch wenn das jetzt kein richtiges Ründchen war, sondern... Ja, das war eher so ein Reinschnuppern. Ja, Reinschnuppern in Heroes. Ich hätte ja nicht mal ahnen können, dass der Computer so eskaliert. Ja, richtig. Und sonst weiß ich nicht, was noch startet. Illusion of Time. Illusion of Time, ey. Nach Plock. Ey, True Lies. True Lies kommt auch noch richtig. Mit der Oma. Ja. Die Oma war die geilste. Voll gemein, ey. Das muss ich aber dann abwechselnd spielen, das spiele ich nicht. Das war geil, Q-Lights war ein geiles Projekt. Wer es noch kennt, Daumen runter. Da muss ich nicht her, was ist das denn? Ich glaube, du musst noch weiter nach oben. Immer weiter! Ja, wenn es dann nicht so laggen würde. Wieso lag das denn? Ja, weil das bewegliche Objekte hier ohne Ende sind. Da kann so ein Super Nintendo nicht mithalten. Und jetzt hoch. Da muss ich hoch. Und da ist schon die Fahne. Oh je. War das schon alles? Ich will sich freuen, der Minerte Ploch. Und jetzt schnell nach Hause. Das ist das schwerste. Egal, Opa Ploch Episode, ich liebe es. Das ist das schwerste Level jetzt erstmal. Sein Haus. Ja. Ja. Oh fuck. Du bist natürlich ein sehr zäher. Flo. Ja, das ist ein ganz normaler Flo. Oh. Was ist unser Block? Mach mich fertig, ey. Scheiß Opal. Warum hat er sich eine eigene Statue gebaut? Das ist eine gute Frage. Ich bin so geil, ich brauche mir jetzt eine eigene Statue. Du bist selbst verliebt. Ja. Ja. Das kommt gut. Ach, jetzt kommt meine Lieblingszene. Mit Opas Amulett könnte ich die Flöhe leichter loswerden. Jetzt swingt der Opa. Durch die Animation. tooot. tooot. Die sind wie auch einfach. Die sind wie auch einfach. Die sind wie auch einfach. Sehr nett. So ist das oder? Vor 50 Jahren Opa Ploch suchte nach der Momolette. Das ist das Beste, ey. Denn 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 denn. Denn 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 denn? Da ist er. Schön auf Hawaii hier. Ich weiß, als ich, ich weiß noch, irgendein Kommentar war bei mir, ey, wieso ist es auf schwarz-weiß auf einmal? Mach die Farbe an! Ich dachte so, oh mein Gott. Boah, ein Opa-Block, ey. Ist geil, ey. Sein Schnurrbart, ey. Mach mich immer wieder fertig. Also Opa-Block ist so... Keiser Willhelm, ey. Willhelm, ja. Hindenburg. Bau von Hindenburg bin ich. Ich bin der Held von Tannenberg. Geil, ey, ein Bonusblock. Ja. Sturzpsprung! Oh Gott! Oh Gott! Kein Problem, Opa Plotzt. Dann wird's eh gleich vorbei, siehst du. Ey, jetzt wird er wieder gucken, ey. Das ist so gut, ey. Jetzt richtet er sich auf. Ohlala, ein Dinosaurier! Warum vergeht er ein Dinosaurier? Ja. Ich hab keine Ahnung. Ey Opa, was ist das? Die sind eigentlich voll sinnlos, aber doch irgendwie die Besten. Ja. Da ist ja noch ein X. Besonders, weil das halt die, äh... Weil das so schwarz-weiß halt ist. Ja. Hat was. Also, falls ihr denkt, euer Monitor ist kaputt, das ist nicht der Fall. Ja. Ja. Geil. Da oben schon das Ziel. Wenn ich da hochkomme. Ja. Oh, was haben wir denn hier? Voller Maulwurf-Sügel. Der kleine Maulwurf! Bin ich ein Kanidien... Kanickel, ey. Er rastet aus, ey. Auf zum Nächst, nix! Oh Gott, ey. Wie sagte Dr. Jones, das X markiert die Stelle. Ja. Die Suche 3. Voll episch! Ja. Versteh ich nicht. Aber für mich kein Problem. Das war ungünstig. Selbst Opa-Block kann ich schwimmen. Naja. Warum sterben? Hä? Warum sterben, hab ich gesagt. Ja, das ist sowieso gelaufen. Ich hab nur einen Lebenspunkt. Längst du. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist einfach. Wie kann man denn länger lang... ...fliegen? Das ist doch schon Maximum. Ach so, das ist Maximum. Ich sage mal, fliegt dir noch lang. Also in die Sichtung kannst du auch schon dritten, ne? Ja. Oh, warten. Das hoffe ich mal. Mach mir doch keine Hoffnung. Da hab ich gedacht, ey, Opa-Block-Dinger sind so kurz. Da drückt der mir noch eine rein, ey. Aufpassen. Opa-Block scharf. Hm, ja! Was der für ein Muskelpaket ist. Beagle ist das, ey. Oh je. Hey, mein Kreuz. Oh je. Boah, der Muskelberg. Eine Tonne. Hebt einfach ne Tonne da raus und wirft die weg, weiße. Muss man überlegen, wirft einfach ne Tonne neben sich hin so. Das ist natürlich überhaupt keine Belastung, wo das für die kleine Insel. Ah, halt doch die Fresse, die Fischi. Oh, ich hab' ich gesehen, ey. So nicht. Und du wirst trotzdem getroffen. Von was? Ach, schade. Was will er, ey? Ah! Der Fisch. Da, ey, warten. Du nicht! Oh, er sammelt's lieber ein. Ja, ich geh jetzt kein Risiko ein. Weiß nicht, ich kann jetzt nicht alles geben. Weil in dem Spiel... Der Piener Dill! Hello. Äh... Uaaaah! Schade, war er ein guter Run eigentlich bis jetzt. Ja, war er mit Opa Block? War ich! Er hat die Power. Peter Power! Peter Power! Ey, Nintendo Power! Ey, geil, ey! Irgendwie Videogame in der Folge. It's Nintendo Power! Von Kyle, ey! Hm? Kyle Justin! Nintendo Power! Ich dachte, Kyle Katar! Ja, Kyle Katar, weil... Nintendo Power! Hier musst du alle Muscheln einsammeln. Wo sind die denn? Da oben zum Beispiel? Schon hat's nicht geklappt. Also, um zu warten musst du alle Muscheln wirklich kriegen. Das ist ne Nintendo Power! Also, ich glaub mal nicht, dass die so, äh, radikal sind. Doch, wirklich! Das ist aber nicht nett. Bonus Block! Yeah! Du bist der Beste! Ach, die Scheiß auf War, bei Opa Block brauch ich das nicht. Hm. Ich sag das noch mal, wenn du gegen drei Flöhe kämpfen musst. Hab ich doch schon mal, ich hab das schon mal geschafft. Ja, ich weiß, aber... Wie lange hat das gedauert? Das ist es ja, weißt du? Wie lange? 20 Folgen. Wenn es schief geht, guck ich meine Nintendo Power. Ja. Nintendo Power! Jetzt lass dich doch nicht mal zweimal treffen! Hahaha! Nintendo Power! Mann, Springbroch! Ja, doch locker! Nein! Hahaha! Wuhu! Für die Fans mach ich das, weißt du? Ja, ist geil! Scheiß auf die Fans! Hahaha! Wuhu! 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 Hahaha! Guter Kopfloser Kopf! Guter Kopfloser Kopf! Hahaha! Hahaha! Opa Power! Opa Power! Opa Power! Jetzt wieder, ey! Nochmal! Jaaaa! Er hat es geschafft, ich glaube! Juhu! Was haben wir denn da? Ein Schuh! Ein Schuh! Schuh town! Oh Gott! Ein Schuh von Al Brundy! Beste Übersetzung wieder, ey! Ihr gibt ein Schuh von Al Brundy! Mir schlecht! Ob Al Brundy davon weiß? Nein, den Nächsten musst du einsammeln. Den in der Mitte da? Ich glaub der dritte oder der zweite, ich weiß es nicht. Nee, das ist richtig. Das kann kein Wort sein, weil... Einsammeln. Och, entscheidet euch. Alle guten Dinge sind drei. Boah! Würde ich aber einsammeln. Muscheln! Die einen lasse ich. Für die Flö. Für die Flö. Für die Crowd. Boah! Schon wieder falsch! Wieviel haben wir? Eigentlich müsste ich mal wieder schnimmern. Das stimmt. Dann mach ich nämlich in der nächsten Folge dann Opa Blocks insofett. Ja. Ja.